gemacht. Und ja, dann haben wir den Fernseher geguckt, nebenbei und auch eine Uhr gewartet. Also, die Silvester war wirklich nichts Besonderes so an sich für mich. Okay, man kann ja auch mal so feiern. So, ich esse die ganze Schokolade, während es dunkel ist. Soll mal wieder hell werden. Zehn Minuten sind echt lange. Findet ihr nicht auch? Findet ihr auch? Okay. Er zockt gerade. Was zockst du, Schatz? Was zockst du? Er zockt bei der Füße 3. Sei sucht, dich ist am Suchten. Ich schokolade alle. Mal angebrochener Weihnachtsmann. Er wird nicht hell draußen. Huh, ist jetzt das Fenster? Ich bitte. Ich hab keine Orientierung bei sowas. Ist schlimm. Woher höre ich ja auch keine Zombies? Hört ihr die? Ich bin ja nicht peaceful, oder? Doch, ich bin peaceful. Warum das denn? Warum sagt mir das denn keiner? Wir haben halt peaceful und Eier hier in dem Ding sonst rum. Toll. Wann hab ich das denn gemacht? Na gut, jetzt lassen wir es auch. Dann kann ich ja auch raus. Das wird's ja auch hell. Naja, wir warten trotzdem kurz. Ich vertraue denen nicht. Wann hab ich denn peaceful gescheitert? Oder startet der neuerdings automatisch mit peaceful? Hä? Das ist ja drollig. Wann werden ja ganz schuld auch müssen. Man sitzt es ja. Schweinchen! Schaumchen! Schaumchen! Ja. Da unten wird es schön. Aber sind die auch fast nicht? Ich seh' hier nicht so. So gut. Und jetzt geht ja die Sonne auch auf. Das ist ja drollig. Wann hab ich denn peaceful? Echt? Habe ich das eben gerade gemacht, als ich Musik angemacht hab? Sind sie rausgemacht? Hm. Das hätten wir natürlich jetzt auch anders verbringen können. Ich lass das jetzt auch peaceful. Ist mir jetzt auch wurscht. Bis zur nächsten Nacht. Und dann schalte ich auch um. Und dann passt das auch. Wir entscheiden, ob wir uns gar nicht abhetzen müssen. Wir sammeln jetzt diesen Cobblestone. Und es leckt. Oh, oh, oh. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Ich bräuchte Iron irgendwie mal. Ich brauch ein bisschen... Iron, Quatsch. Ähm. Na, sagt mal schnell. Ähm, 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 wer ist denn das jetzt? Pö... ... und Erz... Oh, guck mal. Oh, ne. Oh, ne, ich hab nicht hier richtige... Moment. Oh, ne. Weg, du dicke Schaf. Weg. Weg. Ich wollte eigentlich Dings so sammeln. Ähm, ähm, sag mal schnell. Wie heißt denn das? Nicht Iron, sondern... Erz. Waschmann, Erz. Ähm. Ach, ich überstimmt, was ich meine. Wenn man die Fackeln machen kann. Küche. Hm. Hm, hm, hm. Gehen wir mal hier rein. Machen uns... So. Und so. Und so. Dann haben wir ein bisschen was. Und dann gehen wir da nochmal hin. Wo ist hier... Ich will jetzt nicht in die ganz dunkle Dingsnuss reingehen. Dann sieht man ja auch gar nichts mehr. Natürlich auch ein bisschen doof jetzt. Hm. Was wir tun jetzt? Ich weiß es nicht, wa? Ich bin ja eh peaceful. Also von daher kann mir eh nichts passieren. Deswegen gehen wir jetzt mal einfach hier rein. Ah, ich seh echt nichts. Das ist echt doof. Wie ist das eigentlich? Ah. Ups. Ohne Dingsnuss kann ich aber auch nicht bearbeiten, ne? Ich bin ja noch nie wieder. Nein. Ich bin ja noch mal hier. Ah, ich bin ja noch mal hier. Ich bin ja noch mal hier. Das kommt auch nichts. Da ist irgendwie nur Iron drin. Ich brauche aber ein anderer Mensch. Kann man nicht hier... Wenn ich da drin mixiere, ist das echt doof. Da brauche ich auch nicht reingehen. Ich meine Ahnung, das ist ein Quatsch hier. Was mache ich denn jetzt? Gucken wir mal. Ah, guck mal. Ist ja droll. Das ist super. Na gut, dass wir nochmal hier so ein bisschen rumgelaufen sind. Wie heißt denn das jetzt? Öl ist es nicht. Kohle ist... Kohle! So! Oh, Mann! Leute, sagt doch das gleich. Na, Eisen nehmen wir auch gleich ein bisschen mit. Nein! Da fällt es runter. Und welche noch was? Vielleicht da unten ist auch noch was. Aber da ist auch... viel ist es ja nicht, ne? Aber... wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Das ist ja wichtig, wa? Graben wir und graben wir. Wir sind Bock der Baumeister. So. Ein bisschen weit unten, wa? Noch ein bisschen Cobblestone mit. Das kann auch nicht schaden. Mal gucken, wie wir hier wieder... Oh! Hochkommt. Hochkommt. Wuuu! Alles mitnehmen, mitnehmen! So. Hm, hm, hm. Kommen wir denn jetzt hier am gescheites Mogen. Machen wir doch mal. Oh! 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 Ah! Na, ein Lehm ist das hier! Oh! Oh! Na ja! Oh! Ach! Ach! Mensch! So. Oh, gut. Jetzt hätte ich vorher kalkulieren sollen. Gut. Wo war jetzt unser... in die Richtung, oder? Ja, ich glaube schon. In die Richtung? Hä? Ja? Nein? Vielleicht? Wir laufen einfach mal. Ja. Doch, genau. In die Richtung. Ein Bäumchen ist schon entstanden. Das können wir gleich abfällen. Und dann machen wir gleich wieder die Spottlinge ein. So. Dann machen wir doch mal hier ein Öppchen. Ja, ein Öppchen machen wir gar nicht hier. Was machen wir denn oben da? Ja. 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 So. Ja. So wollte ich's machen. Braucht man dazu keine Kohle? Aha. Geht das jetzt ohne Kohle? Komisch, ne, wir warten mal ab Komisch, 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 komisch So Und so Und so und so, ganz viel so, so, so Leben haben wir auch gefunden Das ist natürlich richtig cool Kann man gar nichts zu sagen Jetzt wollen wir aber auch noch eine Vorratskiste machen Damit ich den Quatsch auch weg habe So Dann packen wir das da rein Und das Und das lassen wir Das kann da auch rein Das da auch Dann machen wir uns dick Kommit ich ein paar Lämpchen habe 20, 28 Stück Die reichen Schiete Nee, nicht noch mehr Ja